herzlich willkommen auf youtube zu einer weiteren folge vom modding und diesmal beschäftigen wir uns mit einem problem das immer wieder bei mir ankommt im zuge des autoloads nämlich dass der auto in bestimmten bereichen nicht umzündet aus den fehlermeldungen der letzten monate gibt es zwei ganz ganz spezielle bereiche die dafür sorgen dass der autoload nicht funktioniert einen davon wollte ich jetzt hier spontan mal nachstellen dazu habe ich hier diese hörmann halle platziert ist diese durchfalle sehr schick auch mit licht und genau dieses licht ist das problem so wir haben also hier gerade draußen aufgeladen und jetzt fahren wir hier einfach mal hinein auch in die gute suche namens becker so wir laden ab wunderbar es werden zehn angezeigt ich drücke jetzt b zum aufladen 0 dann drücken wie ich will der geht direkt wieder aus und zeigt mir maximal zu laden das ist die fehlermeldung die ich bekomme und dann heißt es dann der auto oder kaputt kaputt nein die halle ist scheiße ja ich weiß es ist ne ist ne ist ne so kommen wir erst mal zum problem was was sind die probleme dieser halle identifiziert habe ich das natürlich nicht indem ich mir bei giants eine halle rausgesucht habe die nicht funktioniert sondern ich habe das mit anderen mots gehabt habe dann was gemacht um das zu beheben und hat dann festgestellt das problem haben auch schon vanilla hallen und das zeige ich euch jetzt naja nicht sämtliche fehler in sämtlichen was das wäre ein bisschen übertrieben also sämtliche fehler in sämtlichen mods das wäre ein bisschen übertrieben aber es wäre eine falsche mod so hier haben wir diese halle und jetzt gehen wir da rein und hier drin haben wir den lichttrigger dieser trigger ist der trigger der dafür sorgt dass ich egal wo ich in der halle bin mit er das licht einschalten kann und jetzt kommen wir dazu was ist der fehler wir machen das hier mal kurz sichtbar damit wir sehen wie groß der ist wir sehen wir den kurs raus gucken ansonsten geht da sehen die andere seite nicht also er geht bis genau bis in die wand aber was ist das problem dieses triggers das problem dieses triggers ist er hat einstellungen die er nicht haben sollte nämlich er ist kinematic und er ist compound wenn ich den jetzt hier auf static umstelle weil er bewegt sich ja nicht dann kriege ich direkt schon die fehlermeldung dass das keine richtigen einstellungen sind weil ein static kann nicht compound sein ja weil ein compound ist das basis ist das basis element eines fahrzeugs zum beispiel und alles andere was drin ist ein compound child das ding hat aber gar keine child und ist auch nichts was sich bewegt also kommt hier auch das compound weg so wenn ich das jetzt abspeichere kann ich in dieser halle im autolot arbeiten und das habe ich in den letzten monaten bei so vielen mods behoben die ich selber nutzen wollte und in so vielen leuten diese fragen beantwortet ich gesagt habe vielleicht sollten wir das mal andersherum angehen nämlich nicht dass so rum ja sondern eben einfach andersherum so wie können wir das andersherum angehen ganz einfach ich habe hier ein skript geschrieben das in den autoload integriert wird so manchen größer machen weil zusammen klappen was ich nichts angeht so hier haben wir den leidträger so und bei einem leidträger lese ich in diesem skript mod aus ob der rig body nicht tätig ist und wenn er nicht tätig ist dann poste ich eine warning und ändere den auf static und das zweite was passieren kann ist dass jemand falsche trigger in einen info trigger eingefragt hat wenn nämlich in einem infotrigger angehakt ist hey ich bin ein baum oder ich bin ein fahrzeug dann funktioniert er zwar immer noch aber weder autodrive fährt durch noch kann man irgendwas aufladen auch diesen korrigiere ich mit diesem skript so nee brauchen wir nicht mehr was wir jetzt machen ist das habe ich nämlich noch gar nicht ich kopiere mir das hier mal für save game 1 wird das ding nachher mod test jetzt habe ich alle gefragt ob ich mal video machen kann wie ich diese commands mache ja werde ich auch noch machen so den start mache ich erstmal weg weil ich habe das skript ja noch nicht drin und das hier kann weg ich will jetzt natürlich in meinen profile ordner mod test den den mod reinpacken also gehörte hier in den mod test so soll er heißen und dann packe ich mir jetzt einmal und dann starte ich das mal und werde ihn einfügen ja nehmen wir ja das dort andersrum die machen jetzt nichts für uns sondern ist es so ich veröffentliche das in meinem autoloader und anschließend werden im im log werden sämtliche genau diese fehler in sämtlichen mods die man auch die man benutzt in sämtlichen infoträgern und in sämtlichen sämtlichen triggern behoben was kriege wieder eine fehlermeldung ja weiß ich schon ich habe noch kein bild wo ist mein private private scripts in testing das ist dieses ding was wir normaler was wir von mir ehrlich so da ich aber ein böser junge bin behebe ich das nicht still und leise sondern ich schreibe es ins log und zwar wenn man ganz normal startet wie die meisten user einfach nur als info und wenn man es mit dem death warnings startet was verantwortungsbewusste modder ja normalerweise machen dann sogar als warning damit es besser zu finden so jetzt sind wir wieder hier steigen wir aus und wird drücken er und das licht funktioniert ja immer noch und wo der autoload funktioniert auch also was haben wir jetzt gemacht haben es gefixt haben sie in dieser halle gefixt das schön jetzt gehen wir dann mal wieder raus jetzt gehen wir nämlich ins lock so lock so ich hatte das ganze jetzt glaube ich nicht mit def war jetzt nicht mit def gestartet das heißt ich mache jetzt hier mal error warning und dann ist das ding hier und dann habe ich das übliche hier vorne fehlt hier vorne fehlten icon das ist das was ich eben sagte habe ich habe noch kein icon gemacht für den stone query dann gibt es hier was in der gibt es hier filter categories die nicht da sind das kennt man weil ich habe jetzt hier mods drin die nicht zueinander passen und hier sehen wir aber zwei warnings und damit wir die jetzt mal sehen die ich da geschrieben habe es sind nämlich sieben stück die jetzt hier gefunden werden so wir haben einmal das fahrt die farm garage 01 da hat der lichttrigger einen falschen rig x body der objekt storage hat im infotrigger eine falsche kollegen mask er hat nämlich 20 21 der kauban medium der menu rieb die menu rieb extension der chicken barn big der kauban big vector und der garage boot mit die sind alle fehler aber jetzt nicht mehr denn jetzt funktioniert der autoload in allen und der infotrigger blockiert jetzt auch keinen autodrive mehr und den autoload nicht gibt bestimmt noch mehr aber das sind die zwei sachen die eben in den letzten monaten sehr sehr häufig bei mir gemeldet worden sind problem an der sache ist ich hatte vor das eigentlich so zu machen dass die das nur eine info drin steht im log damit sich kein user irgendwelche sorgen macht weil geht ja nichts kaputt aber ich kann bei einer komponente die bereits geladen ist die also bereits hinzugefügt wurde zum modell nicht nachträglich das ist compound ändern wie man hier vorne sieht ich habe es versucht das problem ist ich bekomme dann eine fehlermeldung this is only allowed for non-edit das problem ist solange sie nicht geändert sind kann ich sie nicht auslesen insofern kann ich das im nachhinein nicht ändern es ist aber jetzt so dass wenn ich den rigged body type auf static ändere dass dann folgendes passiert das leittrigger ist mark es compound das ist nicht kompatibel das sind nicht kompatible einstellungen und können einen absturz verursachen compound wird entfernt heißt die engine ich sage der engine nimm diesen stell das ding auch static um und dann sagt die engine ja ständig auch static um aber weil das weil das nicht kompatibel ist mit einem compound weil als ein static kann ich compound sein entferne ich für dich auch das compound das wiederum wird dann zu einer warning und dagegen kann ich leider nichts machen so dieses skript habe ich jetzt im moment werden wir hier der hier unser lieber stefan der hat das jetzt schon vor der nase weil der der arbeitet der hat da jetzt schon mit das heißt wir werden dieses skript jetzt testen ob es irgendwelche risiken und nebenwirkungen und wenn es keine riesigen und nebenwirkungen gibt dann kommt das in den autoload und dann gibt es eine autoload pre version natürlich wie immer von mir die ich bei mir im github veröffentliche und die ich dann auch natürlich auf den anderen kanälen veröffentliche damit andere leute mit testen können und sobald man den autoloader drin hat und man modded wird einem das gesagt und nein ich werde nicht den nächsten ls programmieren und wir können die gar nicht zahlen wobei mich ja schon interessieren würde welchen technischen hintergrund die programmierer bei und die modder also diejenigen die diese diese halle gemacht haben diese halle ingame gebracht haben und diese einstellungen gemacht haben was die für einen technischen hintergrund haben ich darf nicht davon ausgehen ich habe als technischen hintergrund ich bin ausgebildeter programmierer das ist natürlich was ganz anderes als wenn ich eigentlich landwirt bin dann kann ich als landwirt kann ich super beurteilen ob das was ich sehe der realität entspricht und ob das realistische das kann ich als programmierer nicht ich habe keine ahnung wie das aussehen muss wenn man karotten erntet aber ich weiß wie code aussehen muss damit funktionieren insofern vielleicht nimmt giant sicher ein herz und übernimmt das mit einem der nächsten patches diese wir haben ja auch diese warning drin mit dem diesem attachment der selbst bei ihren eigenen gebäuden nicht nicht behoben wird das ist dann wiederum eine sache die mich die mich ärgert ich wollte das eigentlich melden ob sie mal was dann tun könnten und habe mich dann entschieden da immer noch tickets die ich geschrieben habe von mir aus dezember 21 gemeldete und nachgewiesene fehler heute noch nicht behoben sind habe ich mich entschieden das das so zu machen so ich muss mir noch überlegen wie ich in die beschreibung nachher rein schreibe dass die dort gemeldeten fehler an die moder zu melden sind die da von denen diese xml ist so ich kann euch jetzt zum beispiel hier zeigen hof galgenberg projekt gibt es hier noch so einige mehr im objekt bale storage im rehbach farm building im galgenberg selber im niederbayernhof pack im hessien farm pack im franconien farm im outdoor climate pickstreet im bale pallet warehouse überall falsche definitionen falsche trigger aber mit dem update stören sie mich nicht mehr und ich brauche sie nicht in jedem mod einzeln zu beheben und das ist das was ich damit erreichen will wenn euch das gefällt das gerne mal leichter oder schatten kommentar zu ich denke schon dass das irgendwann so nächste woche im laufe der nächsten woche wird es wohl als präversion dann im github im discord und wahrscheinlich auch auf mod hoster und ob es erscheinen schön verteilen damit viele leute das schon mal mitkriegen und wenn viele leute das mitkriegen und viele leute das gut finden dann wäre das gut wenn ihr mir das kund tut weil wenn giants das ablehnt das zu veröffentlichen dass ich sagen dann guck mal die leute finden das gut dass man fehler behebt und darüber spricht also gerne kommentar like abo mitgliedschaft was auch immer da lassen und dann schauen wir mal was passiert ich wünsche euch in dem sinne dann noch schönen abend bis zum nächsten mal und tschüss